Servus zusammen, das ist mein Daheim. Da drinnen ist unsere Garage, unsere Werkstatt, die ehemalige natürlich, die neue ist schon in Obing. Da bin ich aufgewachsen und da fühle ich mich wohl. Auf dem Dachboden angekommen sehen wir... Was sehen wir? Markus, das sieht ganz nach einem älteren Motorrad aus. Ja, das habe ich 1998 von meinem Paar geschenkt bekommen. Das war mein allererstes Moped. Das hat mein Vater aus dem Honda-Roller selbst gebastelt und das hat schon einiges mitgemacht, wie man sieht. Kurz nachdem habe ich noch 60er Motorcrosser gehabt, bis dann die 85er gekommen ins Haus. Und dann bin ich aber eh schon Mini-Bike-Rennen gefahren. Da haben wir noch zwei Kreidler, das ist mein Vater, das ist mein Kreidler, mit dem ich seit ich 16 bin gefahren bin. Und das war dann mein erstes Motorradl. Mit dem bin ich dann mit 18 das erste Mal offiziell auf der Straße gefahren. Und da haben wir noch eine alte Spielwährradität von meinem Vater aus den 80er-Jahren. Und ein 1952er Hoffmann. Ja, also vom Haiboden aus sieht man einigermaßen die Rennstrecke noch. Da ist die Stadt Silgerade. Hinten ist Kurve 1. Da, wo jetzt der ganze Schnee liegt, das ist die Gegenrade. Und da, wo der Fangzahn ist, ist Kurve 2. Vor zwei Jahren habe ich das auch mal gebaut im Winter. Da haben wir dann mit dem Wasser aufgespritzt und eine Eisbildweilbahn gehabt. Der erste Kontakt mit der Straße, oder nicht? Genau, das war 2003, im Alter von 8 Jahren, im ADAC Minibike Cup. Da war ein Team Südbayern dabei. Da sieht man den Waldir, der war unser Railing-Coach von dem ganzen kleinen Pimpf. Gerade gesehen, im Reifenregal haben wir uns direkt mal rausgepickt. Das ist ja jetzt nicht die normale Variante, ne? Das war von vor zwei Jahren, wo wir eben die Eisbildweilstrecke hinter dem Haus gehabt haben. Da habe ich immer ein bisschen rum experimentiert mit verschiedenen Reifen. Und habe dann einfach mal da ein paar Schrauben reingedreht und in den Feuerwehrschlag rein. Und ging dann erstaunlich gut. Wir sehen so Oldschool-Style und alles Mögliche von den schönen Raritäten schon fast. Gehen wir mal in das Neue. Wie ist so dein Werdegang eigentlich gewesen, dass man so wird und vor allen Dingen so ein Herz für Motorräder hat? Ich wollte immer Sandbahnfahrer werden, weil das war für mich einfach das, was dein Vater macht, das ist einfach das Ziel von mir gewesen. Ich bin dann über die Motocross-Schiene oder über den Schneemotocross, das mein erstes Rennen war, dann richtig infiziert mit dem Rennen. Und die technische Begeisterung war immer schon da, seit ich mich erinnern konnte. Wenn du selber Mopel fährst, dann musst du irgendwann, wenn der Palme nicht daheim ist, auch mal selber. Es war ja leider so, dass im vergangenen Jahr Valdi von uns gegangen ist. Aber die Startnummer, das ist eine ganz schöne Sache. Ich meine die 28 hast du nicht umsonst auf deinem Motorrad, die trägst du weiter. Und wenn man sich so ein bisschen umblickt hier in der Werkstatt, dann sieht man auch sehr, sehr viel, was von Valdi weiterhin existiert und du vor allen Dingen aufleben lässt. Ja, wir haben in Obingen einen Kreidler-Club, Kreidlerfahrer Obingen. Wir sind nicht nur Kreidlerfahrer, das ist offen für alle Mopeds. Und da ist damals der Valdi zu uns gezogen nach Obingen und war natürlich sofort infiziert, komplett. Hat sich ein Kreidler gekauft und hat dann eigentlich richtig angefangen mit dem Tuning. Und bin dann zum Jan Schreiter, der für den Valdi den Auspuff gebaut hat, für die Mopeds und hat bei denen einen Schweißkurs gemacht und da hat mir das beigebracht. Das will ich ein bisschen weiterführen für den Valdi. Der Werdegang ist eigentlich von dir klar, oder? Wenn du irgendwann nicht mehr Rennen fährst. Der Fakt ist, dass ich danach definitiv irgendwas in dem Bereich weitermachen werde und am liebsten mit einer Werkstatt. Weil irgendein Bürojob, das ist sicherlich nichts für mich. Vielleicht auch irgendwas im Rennsport mal machen dann. Da hat Reconing-mäßig oder Fahrwerk, das würde mich auch ganz interessieren. Vor zwei Jahren, da saßt du noch immer im Schlitzkorsett neben mir und da hast du sieben Wirbelbrüche gehabt. Also mittlerweile bin ich drüber hinweg. Ich denke dann immer so nach. Natürlich erinnert mich schon noch täglich dran, aber ich bin zum Glück immer noch relativ unverletzt gegenüber anderen Rennfahrern. Wie würdest du das einschätzen zur heutigen Zeit? Ist es immer noch möglich, dorthin zu kommen, wo du bist oder ist es schwerer geworden? Es ist schwierig zu sagen. Es war eine harte Zeit, aber ich denke, dass es heute nach wie vor möglich ist. Es gibt die gleichen Serien, wo die Kinder oder der Nachwuchs starten kann. Es gibt einige kostengünstige Varianten des Rennsports zu betreiben. Tendenziell ist es halt einfach schwierig, damit sich das jemand finanziell leisten kann. Da kannst du so viel Talent haben, was du willst. Wenn du das Material oder die Leute nicht hast, die dir das vorbereiten, dann geht das gar nicht. Und ich war da relativ glücklich durch meine Familie, durch die Umgebung, die ich gehabt habe. Am Ende vom Tag kocht ja jeder nur mit Wasser. Und warum sollte man das selber nicht erreichen, wenn das andere auch können? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.